Hallo und herzlich willkommen zu Level 1.7 hier bei Plants vs. Zombies Teil 2 Ordne die Symbole richtig an, um die Zombies zu zerstören Oh, Mist Was für Symbole? Ein Kamel? Okay, gut, keine Zombies hier Falsch, sie tragen Kamouflage Du meinst wohl Kamelflagge Okay Ach, ich muss hier Okay, also wir müssen hier wohl offenbar ein bisschen Na Die können wir weg machen Da ist noch ein Hier ist doch der Totenkopf gewesen Hm, da, nein Da ist Na, ich bin so schlecht Da, was war hier nochmal, hier war Da Den hier Da ist ein Totenkopf Was ist hier? Totenkopf Na Den nehmen wir weg Ähm Hä? Okay, dann den weg Den weg Aber coole Idee, so ein Level 1 zu bauen Da, was hat der nochmal, ein Totenkopf Okay Da ist kein Totenkopf Hier ist ein Totenkopf Da ist ein Totenkopf Da ist einer Okay Hinten ist Totenkopf Vorne ist der hier Vorne ist der hier Da ist ein Nein Nein Okay Äh Da war Sonne Hier noch einmal Zack Totenkopf Sonne Totenkopf Na Äh Da ist sie doch Da einmal Äh Sonne Da noch einmal Totenkopf Nein Die beiden sind Totenkopf, oder? Sonne Da einmal Totenkopf Hier ist zwei Totenköpfe Und hier auch nochmal Totenkopf Witziges Level Schalte einen Weltschlüssel frei Okay Wir haben es geschafft Das alte Ägypten Tag 8 Was haben sie wohl auf diesem Pergament zum finden? Äh Tag 7 Stand da Mein Kügelübersetzer zeigt mir an Dass die Zombies einen Plan haben Ist das ein Hirngrill? Zum Fortfahren Und tippen Also cooles Level Ich bin echt begeistert Und ja Dann sehen wir das morgen zu Level 1.8 Wieder Ich hoffe das macht dann genauso viel Spaß Und ja Ich danke dir vielmals fürs Zuschauen Und bis morgen Äh Ich will eigentlich zurück zur Karte So Bis dann Ciao Ciao Und ich will keinen Rabatt Hahahaha Vielen Dank.